Okay, schauen wir uns jetzt die Stadt an. Der Mann da drüben, der sagt vielleicht verrückte Dinge. Auf seltsame Weise ist er aber amüsant, den werde ich wohl nicht vergessen. Im obersten Startwerk des Pokémon Centers wurde die Möglichkeit des Statistiktausch eingerichtet. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das werde ich herausfinden. Ist bestimmt lustig. Ja, das bewirkt, dass man halt die Statistiken von einem anderen Trainer sich anschauen kann. Und das hat auch Auswirkungen auf eine Geheimbasis. Falls der andere eine Geheimbasis hat, kann man den Trainer dann in seiner Geheimbasis zum Kampf herausfordern. Wenn ich auf Statistiktausch Zugriff nehme, werden die neuesten Nachrichten aufs Faust-Ahafen hochgeladen. Diese Daten decken sich nun mit deren meines Freundes. Okay, was hast du zu sagen? Hey, yo, man nennt mich Hendrik. Ich zeige dir, was hip und ab geht. Hast du schon mal was von AI gehört? Was das heißt? Ähm, frag doch mal deinen Papi oder deine Mami hier. Ne. Okay, was gibt es hier oben? Wusstest du schon, dass du von hier aus via Link-Kämpfe im Kolosseum ausfechten kannst? Deine Ergebnisse werden dann an der Wand ausgehängt, wo es jeder sieht. Es ist schon peinlich, wenn man öfters verliert, als gewinnt. Das ist mir völlig egal. In StarCraft habe ich zehn Spiele gemacht und alle zehn verloren. Nur so als Beispiel. Und mir ist es überhaupt nicht peinlich. Warst du schon im Rack? Was? In Radha-Radlas-Radladen? Radler, der Eigentümer, ist ein sehr großzügiger Mann. Malvenfall City. Die strahlende Stadt der Freude. Oh, da ist Heiko, diese Schwurte. Pokémon Arena von Malvenfall City. Leider wollte der Mann der Spannung entlädt. Der dritte Arena, Leute. Die Straßen dieses Ortes führen nach Norden, Süden und nach Westen und Osten. Da reisen hier auch viele verschiedene Leute durch. Und hier ist die Spielhalle. Der Ort für alle Spieler. Malvenfall City. Spielhalle. Da gehen wir später rein. Erst brauchen wir einen Münzkorb und den können wir uns hier holen. Wenn ich doch nur einen Rat hätte, dann könnte ich nach Graveport City zum Einkaufen fahren. Dort würde ich mir dann einen Hafenbrief im Pokémon Supermarkt kaufen. Oh, du besitzt einen Hafenbrief? Würdest du ihn gegen einen Münzkorb tauschen? Klar. Oh, ich bin so glücklich. Okay, ich gewähle diesen Münzkorb. Ja, jetzt können wir Glück spielen. Diesen Münzkorb brauchst du in der Spielhalle. Hi, hast du in letzter Zeit Fernsehen gesehen? Da gibt es jede Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal zeigen sie dich im Fernsehen. Und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du solltest immer mal wieder im Fernsehen sein. Ja, sie werden im Fernsehen einschalten. Blablabla. Und ein X-Tempo. Die Initiative während eines Kampfes. Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon Kämpfe und all das Zeugs gibt. Aber wenn dein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Oh, deine Pokémon sehen natürlich sehr stark aus. Das singe ich gerne. Hier, nimm diese VM. Das ist der Trümmerer. Aber um die Einsetzung zu können, brauchen wir den Orden der Arena. Wenn du unterwegs auf Gräuers verfälliges Brocken stößt, dann nutze diese Themen, um dir den Weg freizumachen. Hat dir mir dieses Programm gefallen? Nämlich gar nichts. Ich bleibe mich besser. Warum flackert dann der Fernseher? Ist doch Sturmverschwendung, naja. So, was ist hier? Fahre im Kies und lasse dich durchschütteln. Radlers Räder. Das kann ja keiner aussprechen. Radlers Radler Räder. Boah. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Ich. Du kannst Ratel zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Deine Torvertreter sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Hm. Du kommst den ganzen Weg von Wurzeln her? Mann, ihr Wüte, das ist ja unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eins meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was. Ich werde dir ein Rad dir ein Rad geben. Oh, warte eine Sekunde. Ich sollte sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die die Techniken des Radfahrers beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Sets habe, darfst du dir eins aussuchen. Das schenkt einfach so Fahrräder. Das gibt es hier heutzutage ja gar nicht mehr. Heutzutage gibt es ja immer so versteckte Gebühren dabei. Ich nehme mal das Eilrad. Sehr großzügig sowas. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Während du ein... Was, wenn du eine Einleitung baust, wie man Rad fährt? Da vorne findest du einige Handbücher. Ein Handbuch zum Eilrad. Welche Seite möchtest du lesen? Radfahren. Mit Hilfe des Steuerkreuzes lässt sich das Rad lenken. Es wird immer schneller, wenn es einmal fährt. Lass das Steuerkreuz los, um das Rad anzuhalten. Eine andere Seite lesen. Kurvenfahren. Ein Eilrad ist sehr schnell und kann nicht schnell gestoppt werden. Das Kurvenfahren ist sehr schwierig. Lasse das Steuerkreuz etwas los und bremse, wenn du an einer Kurve kommst. Eine andere Seite lesen. In der ganzen Höhenregion gibt es sannige Gefälle. Der lose Sand erlaubt es, nicht diese Gefälle normal zu erklettern. Aber mit einem Eilrad können auch diese Gefälle gemeistert werden. Eine andere Seite lesen wir. Das können wir nicht mehr. Das könnten wir auch nach Fausthaven zurück und in die Granithöhle gehen. Da gab es eine Stelle, wo man mit einem Eilrad nur hochkommt. Das machen wir aber nicht. Erst später, wenn wir vielleicht Zeit haben, ein Handbuch zum Kunstrad. Reelays. Drücke während des Fahrens den W-Knopf, um das Vorderrad anzuheben. Ist das Vorderrad angehoben, können mit Hilfe des Steuerkreuzes Sprünge ausgeführt werden. Diese Technik nennt sich Wheelie. Hoppeln. Wird der W-Knopf gedrückt, kann auf der Stelle gehüpft werden. Diese Technik nennt sich Hoppeln. Dabei kann gleichzeitig gefahren werden. Das ist cool. Das möchte ich gerne auch in Real Life können. Springen. Drücke gleichzeitig den W-Knopf und das Steuerkreuz, um zu springen. Drücke das Steuerkreuz seitlich, um einen seitlichen Sprung auszuführen. Drücke es nach hinten, um diese Richtung zu ändern. Ja gut, das hätten wir jetzt alles gelesen. Das wissen wir. Wie viele Räder funktionieren? Ich setze gleich mal ein Rad auf Select. So, Select. Und da fahren wir ein bisschen Rad, ne? Nein, das ist hier nicht das hier. Uh, es wird aber nicht schnell. Ist das in der Platine, ist das schneller? Na ja, besser als nichts. Gut, das machen wir jetzt. Gehen wir mal in den Markt rein, oder hier sind ein paar lustige Leute. Den haben wir schon angesprochen. Ja, gehen wir in den Markt, warum wir ja noch nicht. Setze eine bestimmte Attacke ein, oder stattdessen ein Item. Ich glaube, die Entscheidungen des Trainers bestimmen, wie ein Kampf verläuft. Es gibt die Items, die einen Status des Pokémon kurzzeitig erhöhen. Ich weiß, dass man X-Angriff und X-Verteidigung im Kampf einsetzen kann. Ich glaube, es gibt aber auch noch andere. Ja, das ist richtig. Okay, was verkaufst du? Neues. Pokémon-Super-Berweil, Super-Trang, Speed-Gefahr-Reil, Aufweger, Tempo-X-Angriff, X-A-Bwehr, Megablock, Angriffs-Plus, X-A-B. Ein paar X-Items sind dazugekommen und ein paar andere Dinge. Okay, gehen wir mal in die Spielhalle. Und zocken ein bisschen. Kannst du es genau bei 7 stoppen? Wenn es bei 7 gestoppt, während ein Real-Time gespielt wird, erhältst du extra Münzen. Münzen werden gebraucht, um hier in der Spielhalle spielen zu können. Dieses Rollett-Ding ist ziemlich anstrengend. Ich versuche zu gewinnen, aber ich verliere immer, doch ich gebe nicht auf. Das nennt man Spielsucht. Mein Glück ist... Was? Mein Glück wird sich nicht immer anhalten. Das ist zu viel für mich. Hier, nimm die Münzen. Immer wenn ich in Malden-Fro-City bin, gehe ich in die Spielhalle. Malden-Fro-City bringt mir einfach Glück. Okay. Boi, Brunette gilt es, verschiedene Einsatzböen. Überprüft deine Münzen, bevor du dich für den Tisch entscheidest. Eigentlich gibt es ein paar versteckte Münzen. Ich meine, in der Blauen gab es es ja auch. Vielleicht gibt es es hier in dieser Edition auch. Aber es sieht schlecht aus. Mauermetall finden hier keine Münzen. Ja, den haben wir schon angesprochen. Was du so zu sagen? Hier kann man leicht die Zeit vergessen. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Bäckerin, back ein bisschen Brot an, statt hier zu zocken. Ich kann dir einige Missile-Tipps zu deinen einarmigen Banditen geben. Je mehr Blitze du anhältst, desto größer die Chance auf ein Realtime. Eine Glücksrunde. In einem Spiel mit 5 möglichen Glücksrunden ist es möglich, 4 reguläre Boni und dann einen Big Bonus zu gewinnen. Der Big Bonus bringt 660 Münzen, aber er ist sehr schwer zu gewinnen. Bis zu 3 Münzen können an den einarmigen Banditen eingesetzt werden. Je mehr Missile du einsetzt, desto höher ist deine Chance auf den Jackpot. Ich habe mich vertan und zweimal die gleiche Puppe genommen. Möchtest du eine davon haben? Ja, Lämli-Puppe erhalten. Keine Ahnung. Es gibt einen Preis, den ich haben möchte, aber ich kann den Jackpot nicht knacken. Okay, dann sprechen wir die noch an und dann fangen wir an zu zocken. Komm in unsere Spielhalle. Suchst du nach Münzen? Das macht 1.000 für 50 Münzen, möchtest du welche haben? Äh, nein danke, wir haben ja schon die 20 Münzen für unser Glück schon reichen. Und hier kann man die Preise eintauschen. Themen 32, 29, 35, 24 und 13. Die sind Eistrahl, Donnerblitz, Feuer, Flammen, äh, Flammenwurf und noch andere. Was kriegen wir hier? Geck-Aber-Puppe, oh Gott, so scheiß Puppen hier. Sehe ich aus wie ein kleines Kind, dass es mit Puppen spielt. Okay, dann zacken wir mal ein bisschen. Oh je, jetzt versuche ich jetzt die 7 zu erwischen. Äh, das war schon mal Fail. Und? Uuuuh. Also, wenn man 3 Münzen reintut, ist die Chance am höchsten, dass man gewinnt. Bei 1 am niedrigsten. Und bei 2 ist es durchschnittlich. Oh, Replay. Fuck, ich dachte, das wäre was Geiles. Äh, wir haben gewonnen. Ich zock jetzt einfach so lange, bis wir keine Münzen mehr haben. Das hat mal eine 7. 1, 2 und... Oh, vielleicht soll ich einen Kredit aufnehmen. Okay, wir haben keine Münzen mehr. Game over. Ach, wisst ihr was? Wenn wir gerade so schön am zocken sind, ich hole mir nochmal 50 Münzen. Dann machen wir mal ein bisschen eine Roulette, da ist die Chance am höchsten. Gut, auf was setzen wir denn? Wir können hier auf ein Einzelnen setzen, hier auf eine Farb... Ähm, ja, auf ein farbiges oder hier auf ein Pokémon. Wenn wir hier auf ein Farbiges setzen, kriegen wir nur 3 Münzen als Belohnung. Und wenn man so auf ein Einzelnen setzen, ein Gewinner ist, ja, dann krieg ich nur 12 Münzen. Ich setze einfach mal alle auf dieses... Alle auf dieses... Ist so. Und es ist nicht so. Eneco... Lila. Gut, dann setze ich auf... Ist so... Orange oder Gelb. Wie auch immer. Ach, knapp. Ich hätte vielleicht auf Makahita-Gelb sitzen sollen. Naja, okay, jetzt Azuril... Grün. Oh, ist hier gut, ist hier gut, ist hier gut, ist hier gut. Oh, schade, schade, schade. Irgendwie sind alle hier jetzt auf der linken Seite jetzt weg. Hm, ich... Jetzt ist die Chance, ein Azuril zu gewinnen, am höchsten. Ich könnte jetzt hier auf die Linie setzen, aber ich glaube, die Chance hier, dass wir einen Azuril treffen, weil es ein Azuril kommt, beträgt 33,3,3 Periode, Prozent. Ich setze mal alle auf dieses hier. Kann es sein, dass es dann zu unseren Gunsten hinswitcht und es ist nicht so schade. Machuita-Lila. Lila, ich setze es wieder. Mal auf Iso. Gelb. Und? Äh. Flop. Ach so. Ist voll lustig. Und? Spannung, Spannung, Spannung und... Yeah! Checkpots. Ich habe den Checkpott, den Knack, Leute. Okay, jetzt reicht es aber auch. Man soll es ja nicht übertreiben. Ich glaube, diese Runde spielt noch zu Ende. Und dann war es das auch. Na, ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Nee, ich spiele mir nichts weiter. Nicht, dass wir noch spielsüchtig werden und einen 3-Stunden-Part machen, wo wir hier nur die Glücksspielhalde machen. Okay, jetzt haben wir alles erkundet, würde ich sagen. Oder? Haben wir alles erkundet? Ja, ne? Ja, wir haben alles erkundet, sage ich einfach mal so, ohne 100% sicher zu sein. Ja, dem Ausschau angesprochen. Das ist sogar dreimal. Okay. Ach, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in diese Arena antreten. Bitte darf ich, bitte. Nun hör mal auf, Heiko. Seitdem du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du so plötzlich in eine Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich meine Kräfte mit Transla kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Kevin. Das war eine alleine. Oh. Songkling ist eine Attacke, die immer stärker wird, die häufiger sie trifft. Und sie ist eine Käferattacke. Also ich wüsste, ähm, keine Attacke, mit der Trussler unseren Ninja-Tom sehr effektiv angreifen könnte. Und tschüss, Trussler. Das war ja ein Kinderspiel. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Onkel, geh zurück nach Wiesnflur. Okay, dann herzlichen Dank, Trainer zu sein verlangt. Viel von einem, oder? Man besitzt sich einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen, um ein richtiger Trainer zu sein. Braucht es mehr. Heiko, du brauchst deshalb nicht so niedergeschlagen zu sein. Was hältst du davon? Was hält dich davon ab, stärker zu und stärker zu werden? Nichts. Komm, wir gehen nach Hause. Wir warten alle schon auf dich. Kevin, der wird es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er seinen Trussler fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in Wiesnflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Ja, ich schau mal im nächsten Part vorbei. Leipzig, ich kann es kaum erwarten. Gut, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir weitermachen können. Wir können jetzt nach Süden gehen und die Leute auf dem Radweg bekämpfen. Wir können hier nach Osten gehen und uns ein paar Trainer bekämpfen. Wir können hier nach oben gehen und die Cygnus herausfordern. Oder wir können hier nach Westen gehen. Wo ist das Westen? Ja, das Westen. Nach Wiesnflur gehen und sich um die Transe kümmern. Oder um die Schwurzeln, wie auch immer. Oder wir können hier in die Arena gehen. Da haben wir Maldenfrosil hinter uns. Ich würde sagen, wir gehen in die Arena. Ja, diese Arena ist voll die schwerste Arena, in der ich jemals war. Na ja. Die Spannung meiner Seele. Sie setzt all deine Träume und verstorben. Ja! Gut, das Gute an dieser Arena ist, die setzen alle Elektro-Pokémon ein. Und Elektro ist eine Schwäche, gegen die Ninja-Tom immun, also ein Attacken-Typ gegen die Ninja-Tom immun ist. Und ich fange jetzt an mit einer Zonklinge. Du musst nur einen KP auslöschen, 14 Blitz. Ich bin kein Gegner für dich. Ja, Donnerwelle. Paralyse. Paralyse geht immer, weil es ja eine Statuswendungs-Attacke ist und keine Angriffs-Attacke. Aber die Zonklinge wird immer stärker. Aber wenn einmal die Paralyse uns einen Strich durch die Rechnung macht, war es das mit dem erhöhten Angriff. Die Zonklinge muss immer hintereinander treffen, um stärker zu werden. Okay, was hat er jetzt? Magnetilo, Magnet, Magnet, Magnetilo. Oh, Superschrei könnte eine Gefahr werden, falls sich Ninja-Tom selbst verletzt. Ah, scheiße. Jetzt nicht selbst verletzen. Nicht selbst verletzen, Ninja-Tom. Nein, nein. 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 Er hat sich selber gekillt. Toll. Okay, jetzt hat man einfach nur Pech. Ich nehme Jungloots. Unser Fritzenblitz können wir bei den anderen Trainern trainieren, auf die Route, die wir im nächsten Part alle machen werden. Auf dem Radweg oder auf dem Weg nach Wiesenflor, Signals oder die andere Route nach Baumhausen City. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wie wir unser Fritzenblitz trainieren können. Und Level Up. Scheiße, jetzt haben wir tatsächlich unser Ninja-Tom besiegen lassen. Sich selbst verletzen. Sich selbst killen lassen. Toll. Ach, wir haben den Typen ja gar nicht angesprochen, der uns immer so Ratschläge gibt. Ich heile schnell Ninja-Tom. Diesen einen KP muss ich leider leider schnell heilen. Bla 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 bla. So, hier. Hey, wie sieht's aus? Aus dem Weg zum Champ-Calm? Weitet der Arena-Leiter von Malven-Frocity setzt Elektro-Pokémon ein. Wenn du ihn mit Wasser-Pokémon angreifst, macht er dich fertig. Pritzel. Und die Türen lassen sich nur mit Schaltern öffnen. Madness. Und dann mal los. Sporta. Okay, äh. Dieses Rätsel ist kinderleicht. Sie schafft sogar ein Erstklässler auf Drogen. Die Serena stellt dir eine Knobel-Aufgabe. Aber was stellt dir eine Knobel-Aufgabe? Ist das nicht lustig? Was ist daran so schwer? Das ist ein Kindergarten. Okay, der heißt Egon. Ich kenne keinen, der Egon heißt. Und ich glaube kaum das. Das ist eine Schwäche gegen Ninja-Format. Also. Zornklinge. Und nochmal. Jetzt aber. Zornklinge. Ach komm, warum triffst du jetzt nicht gut? Zornklinge ist nicht genau. Und er setzt dann noch Sandwild ein, als ob das nicht schon genug Nerven würde. Naja. Es schwächt meinen Angriff nicht. Ich werde ganz wütend. Und schärfe meine Klinge. Oh verdammt, mein Klinge hat's verpeilt. Jetzt setzt du nur Sandwild ein oder machst du auch was anderes? Na gut, ich würde auch nur Sandwild einsetzen. Na, oder ich würde am besten wechseln zum Pokémon, das Ninja-Tom schlagen könnte. Aber er hat kein Pokémon, das Ninja-Tom schlagen kann. Hallo, wie wär's mit dem anderen Sandwürbel langweilend. Soll ich kaltisch rein setzen? Ich setz kaltisch rein. Ja gut, jetzt hat er wahrscheinlich schon auf maximal gemacht diesen Sandwürbel. Auf zu flennen, Mensch, der setzt ja nur Statusveränderungen der Attacken ein. Oder wie auch immer man es nennt. Soll ich euch das sagen? Heide, schreibe ich, Speed ist ein bisschen, weil ich mich langweil. So, tschüss. Verlieren ist gar nicht lustig. Äh, mich nerven ist auch nicht lustig. Also gut, äh, blubblubblub, äh, hier, sind noch zwei Trainer in der Arena. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schocken. Oh mein Gott, jetzt hast du mir einen Schock fürs Leben gegeben. Bärbel, da ist ein Bärbel, ich kenne niemanden, der Bärbel heißt. Medici, Medici, kann Psycho-Attacken und Kampf-Attacken. Mir, Thomas, vom Typ her, Käfer-Geist. Daher können wir gegen Medici ankämpfen und ich glaube, Geduld wird auch nicht treffen. Weil es ja nicht sehr effektiv ist. Und der, ja, der tut sich erst einmal ein-pussien. Das machen keine auf Pussy mit Scanner. So, ich schrei dir ins Ohr. So, und weißt du lustig, ich war gleich nochmal. Zornklinge wäre sehr effektiv, glaube ich, ne? Oder ne, wäre normal stark, weil Kampf negiert das Ganze wieder. Ach komm, dieses Scanner ist doch eine Ausrede. Ich könnte es verstehen, wenn du Scanner und Toxin kannst, aber nur Scanner ist unnötig. Du kannst mein Lineatron nicht schaden. Du kannst mein Lineatron nicht schaden. Diesen 1KP kannst du nicht auslöschen. Fühlst du dich verarscht? Wie gesagt, Wunderwache. Es ist ein Wunder, dass du immer noch nicht drauf gekommen bist, dass du meinen Lineatron nicht schaden kannst. Oh, Donnerschlag. Donner ist nicht so effektiv gegen Geist. Und Käfer. So, und tschüss. Du hast es nicht damit geschafft, 1KP auszulöschen. Wie peinlich. Okay, hier. Ich habe unsere weiter trainiert. So einfach verliere ich nicht. Doch, doch. Ich glaube schon. Wenn du kein Pokémon hast, das sehr effektiv gegen den Typ Geist und Käfer hast, oder das mein Pokémon verwirren kann, hast du gefehlt. So, wie das selbe wie vorhin. Hey, mach mir doch nicht nach. Mach mir nach. Habt ihr es gesehen? Lärmschutz. Verdammt, ich habe es vergessen. Äh, das Zonklinge. Der Lärmschutz hat auch Flurmeleisfähigkeit und Krabwumms und Krakelo. Er mache es eben so mit der Zonklingen-Taktik. Ein wütender Geist. Du, der Ladevorgang bringt ja nichts. Du kannst eh nicht mit Elektro-Tacken angreifen. Ich könnte es verstehen, wenn es die vierte Generation wäre. Dann würde es deinen Verteidigungswert erhöhen, aber... Tja. Hier ist es useless gegen meinen Lineaton, also... Kannst du gleich vergessen. Und tschüss. Voltoball. Was hat er jetzt? Noch ein Voltoball. Oh ja, klar. Auch dein Voltoball aufzuladen, wenn es dir nichts bringt. Das ist so, als würdest du deinen Gamer aufladen, obwohl das schon voll ist. Nur so als Beispiel. Okay, was kommt jetzt? Fürze Blitz zu Level 15. Ich weiß noch, wann sich Fürze Blitz entwickelt. Ich lass mich dann halt überraschen. Einmal Zornklinge und Voltoball ist Geschichte. Ich glaub, gegen den Arena-Leiter können wir mit Ninja-Tom auch ganz gut agrieren. Dann werden wir ihn allein nur mit unserem Ninja-Tom besiegen. Wie Ash es mit seinem Pikachu in der TV-Serie gemacht hat. So, das war jetzt in der Arena. Ich glaube, wir können, ohne unseren Pokémon jetzt heilen zu müssen, gegen den antreten. Und wenn wir verlieren, dann, äh, ja, da ist es mein Pech. Oh, ich habe es aufgegeben, dich statt umholen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine EG lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalte zu überwinden? Ja, war ja auch nicht besonders schwer. Das ist wirklich amüsant. Dann ist es nur an mir, den Arena-Leiter von Maldenfro City, dich unter Spannung zu setzen. Ich glaub, mein... Mein Ninja-Tom wirst du nicht schocken können. Ultraschall. Funktioniert ein Ultraschall bei Ninja-Tom? Keine Ahnung. Ich hatte ja Ninja-Tom noch nie im Team. Ach, verdammt, das hat bestimmt Lärmschutz, oder? Ne, doch nicht. Okay. Super-Schall ist schlecht. Ne, ich selbst verletzen. Ich werde jetzt Ninja-Tom wechseln, weil die Chance, dass Ninja-Tom jetzt stirbt, zu hoch ist. Boah, die Paralyse hat mich gerettet, glaub ich. Okay, ich muss wechseln, weil ich bewirrte, dass Ninja-Tom sich selbst killen könnte. Und zwar wirklich zu Jung-Loot. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, einmal eine Feuer-Attacke oder eine Kampf-Attacke. Ist ja auch mein Pokémon zu verwirren. Woher wusstest du, dass ich's wechseln würde? Nicht selbst verletzen. Nicht selbst verletzen. So, One-Attacken-Kill. Weil One-Turn-Kill kann man das nicht nennen. Okay, das hat er jetzt voll dabei. Ich glaub, das müsste sogar unser Ninja-Tom schaffen. Ich hätte vielleicht ein bisschen Paraheiler kaufen sollen. Tja, Funktionsprung funktioniert nicht. Und jetzt haben wir denn einen... Ich glaub kaum, dass wir noch einen Paraheiler übrig haben. Na gut, da muss halt eine Paralyse kämpfen, aber ich glaub, das ist eine Staff-Struktion, ne? Scheiße! Der Wanker... Scheiße, der Walz hab ich ganz vergessen. Die Steine gegen Käfer ist der Effektiv, fuck! Ah, Scheiße, ich hab jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass er Walzer einsetzt. Verdammte Scheiße! Scheiße, er ist schneller, weil mein Pokémon paralysiert ist. Wobei Wolterball eh auch noch sehr schnell ist. Oh mein Gott, das kann doch noch ein sehr spannender Kampf werden. Ich glaub, ich muss Ninjas wegnehmen. Warum hab ich mein Pokémon nicht mit Sprudel geheilt? Ey, bin ich bekloppt. Ich bin bekloppt. 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 Lalalala. Ich bin bekloppt. 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 Ninjas. Das gehört zwar nicht in unser Team, aber egal. Das ist schneller. Das ist Schneider. Und tschüss. Haben wir denn ein Believer? Ich hoffe, wir haben ein Believer, weil sonst erleben wir hier die erste Niederlage in diesem Let's Play und es sieht danach aus. Was mach ich jetzt? Zornklinge? Ne. Doppelteam. Ich riskiere es mit Doppelteam. Ich versuche irgendwie, dass sein... Wobei er kann Schockwelle. Schockwelle ist auch immer. Scheiße. Ich hab's gesagt. 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 Scheiße. Marita macht uns fertig. Okay. Flitzeblitze. Es liegt jetzt ein Deal. Flitzeblitze. Flitzeblitze. Flitzeblitze will es nicht schaffen. Aber ich muss das erste Mal... Zuerst muss ich seine Geschwindigkeit auf 0 setzen. Und der Feuermelder ist an. Falls ihr ihn hört. Geht an. Meine Eltern können manchmal nicht kochen. Und das ist hier jetzt auch der Fall. Ruf die Feuerwehr! Nein, Moment. Wir sind ja gar nicht in der Feuerarena. Fail. Verdammt. Also ich glaub so funktioniert es nicht. Ich glaub wir haben verloren. Oder haben wir verloren? Wir haben verloren. Gut dann äh. Ich mach das jetzt nochmal. Dann machen wir halt wieder einen extra langen Part. Da haben wir es hinter uns. Das lag jetzt halt nur daran, dass unser Lowback paralysiert wurde. Und dass ich vergessen habe, dass Voltoball Walzer kann. Das waren die Hauptgründe. Für unsere jetzige Niederlage. Okay. Naja. So Wampel. Du schaffst es! Geht funktioniert nicht bei Stahl-Pokémon. Der Tackle! Ich weiß das. Du schaffst's? Ich hab jetzt mal paralysiert. Aber immer schneller als Wampel. Mh gut. Kevin hat kein kampffähiges Pokémon mehr. Kevin fällt in Ohna. Äh. Oh verdammt! Hallo? Ah. Ach, ich heile irgendwie immer meine Pokémon, nachdem ich verloren habe im Kampf. Immer automatisch. Das lasse ich mir jetzt nicht auf mich setzen. Ich gehe jetzt einkaufen und kaufe einen oder zwei, drei Beleber. Können wir denn Beleber kaufen? Nein, keine Beleber. Was soll der Scheiß? Keine Beleber. Fuck, 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 fuck. Na gut, ich mache es jetzt nochmal. Okay, wie viel Geld haben wir eigentlich verloren? Ach, wir haben nicht allzu viel verloren. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich haben wir das Geld verloren, was wir bei den Trainern hier in der Arena gewonnen haben. Das hat sich der Arena-Leiter wieder zurückgeholt. Naja. Ich glaube, im Saphir-Heads-Pay habe ich da nicht verloren. Da habe ich es in einem Part durchgemacht. Okay, nochmal werde ich nicht verlieren. Ich hätte Jungblut gleich an erster Stelle setzen sollen. Ich glaube, das mache ich jetzt, auch wenn es jetzt paralysiert ist. Scheiße, ich hätte Paraila kaufen sollen. Ich vergesse ständig. Superschall. Zum Glück ging die Attacker daneben durch meine Katastrophe, wenn sie getroffen hätte. Und jetzt halt Doppelkick. Jungblut hätte man schon aus meinem Anfang an erster Stelle setzen sollen, auch im letzten Kampf. Aber ich wollte halt meinen Liniatom ein bisschen in Einsatz bringen lassen. Okay, what's coming now? Voltoball? Äh, Doppelkick? Ich weiß nicht. Voltoball hat eine Spezialverteidigung oder hat eine höhere Verteidigung? Egal, Doppelkick. Ich trage ihn einfach nieder. Jawohl, Volltreffer. Perfekt. Und Fritz und Blitz ist Level 16 inzwischen schon. Und hier ist ein letzter, ist ein Magneton. Und der nervt, äh, nervt Wankern zu nerven mit Donnerwelle. Und wir treten ihn nieder. Boah, das zieht ja gar nichts ab. Okay, einmal Doppelkick und dann haben wir gewonnen. Ja, Leute, so leicht geht's. Ich wollte halt vorhin nur meine Liniatom ein bisschen einsetzen. Und dann war ich überrascht, ähm, dass, ja, dass es Walzer konnte. Und dann hat man noch Pech, dass Jungblut sich selbst verletzt hat und die Paralyse ihn geschwellt hat. Nur so haben wir Frauen verloren, aber jetzt haben wir gewonnen. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Orden. 2300. Den Dynamo-Orden haben wir nachhaltend. Passend. In dieser, ähm, hier gibt's ja auch Fahrräder. Und da, bei Fahrrädern, gibt's ja auch Dynamos. Vielleicht wurde es so in Kombination gebracht und deswegen heißt dieser Orden vielleicht auch Dynamo-Orden. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Hm, die solltest du auch nehmen. Das ist Schockwelle. Die System 34 Schockwelle. Eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Verlass dich drauf. Gut, ich muss mal schnell in meinem Attackenset nachschauen, weil ich glaube, dass Schockwelle in einem Attackenset drin steht. Bis gleich. Okay, ähm, Schockwelle steht nicht in einem Attackenset drin, aber ich kann's ja schon mal, äh, also werden sie eh nicht dann verwenden, äh, später mehr verwenden. Ich bringe sie mal Fritzelblitz bei, damit Fritzelblitz mal eine starke Attacke kann. Und nicht immer diesen Heuler, Angriffs, Jauler, Taktierung, Silberblicks, Scheiße, sondern ich verlinne jetzt Tackle. So, leicht geht das. Gut, äh, dann... Beende ich den Part jetzt ab. Und jetzt sind übrigens auch diese, ja, diese Stromdinger weg, auch wenn man sie auch hätte da lassen können. Naja. Ich glaube, die machen abends sich etwas zu schwer vorgestellt für die Kinder. Vielleicht ist es für Kinder schwieriger, ich weiß es nicht. Aber für mich war's ganz babyleid. Sogar beim ersten Durchspielen hab ich's schon geschafft, beim ersten Mal, ja, keine Probleme geschafft. Äh, ich, ihr weißt schon, was ich mein. Gut, äh, dann machen wir im nächsten Part hier diese Ote hier. Und die Siegers, vielleicht so, vielleicht noch, falls wir noch Zeit haben im nächsten Part. Gut, dann melde ich jetzt diesen Part und sag' ich bis zum nächsten Part. Leute, servus! Vielen Dank.